So Freunde, ich muss mich beeilen, der Grill ist nämlich an. Rainer, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß und noch tschüss, bis nächstes Mal. Nein, ich bin aus der Puste. Huh, Leute, was war das denn? Was war das denn für eine Abstimmung? Alter Schwede! Ich habe gesagt bis zum 26. Ja, Quatsch, bis zum 23. läuft die Abstimmung und ein paar Stunden vor der Deadline stimmt noch einer ab. Bis dahin stand die Janni und der Rainer Punktgleich. Beide hatten 35%. Es hätte fast, fast zwei Sieger gegeben. Fast. Nein, da stimmt noch einer ab. Irgendeiner stimmt noch ab. Kurz vor den 23. Ist so. Also ja, insgesamt sind 35 Stimmen gewesen. Also 35 Leute haben abgestimmt. Huch, bei 1481 Abonnenten. Kurios, dass so wenig abstimmen? Egal, jedenfalls 35 Stimmen abgegeben worden und der Rainer hat gewonnen mit 37%. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Die Janni knappt dahinter mit 34%. Wie gesagt, ihr hattet kurz vor der Deadline noch beide die gleiche Anzahl Stimmen. Es war also wirklich richtig knapp. Rainer mit seinem Bild von den Polarlichtern. Wunderschön. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ja, als Gewinn, Rainer, bekommst du von mir eine Fahrt mit dem Polar Express. Da kannst du natürlich die Polarlichter direkt vor Ort fotografieren. Herzlichen Glückwunsch. Die Janni bekommt als kleinen Drohspreis auch etwas und zwar eine kleine Städtetour, eine kleine Tagesstädtetour in Hamburg. Ja, wunderschön. Ich glaube, du kommst auch aus Hamburg, oder? Ist doch gar nicht so weit dann für dich. Dann siehst du mal ein bisschen was von der Stadt. Und ja, kannst tolle Fotos machen dort in Hamburg. Super. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Vielen lieben Dank. Wirklich tolle Bilder. Alle, die leer ausgegangen sind, sorry. Eure Fotos waren aber trotzdem schön. Wie gesagt, immer gerne mitmachen, mir Fotos schicken. Aber im Juli gibt es keinen Wettbewerb, keine Fotokritik und keinen Wettbewerb, weil da bin ich im Urlaub für zwei Wochen und da habe ich keine Zeit, das zu machen. Erst im August geht es weiter. Für August habe ich übrigens auch schon vier Fotos. Also ein bisschen hinten anstellen, ein bisschen warten. Vielleicht schickt mir einfach Fotos. Vielleicht verpacke ich das noch irgendwie so rein. Da würde ich sagen, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Vielen Dank für die Stimmen und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt ruhig zum Grill. Tschüss.